Hallo und herzlich willkommen beim Echolo-Zentrum in Paderborn. Mein Name ist Thomas Schlageter und wir haben heute den 25.03.2020 7.10 Uhr. Ich bin jetzt seit anderthalb Wochen hier im Homeoffice und man gewöhnt sich daran. Es ist echt erstaunlich. Ich habe alles hier, was ich brauche. Ich habe Telefone, ich habe das Service-Telefon hier neben mir liegen. Also wenn ihr technische Fragen habt, landet ihr automatisch bei mir. Ist also überhaupt gar kein Thema. Ihr erreicht alle Personen, die ihr euch wünscht, vollkommen problemlos. Versand läuft auch problemlos. DHL und DPD hat manchmal ein, zwei Tage Zeitverzögerung. Es liegt also nicht an uns, sondern an dem großen Versandaufkommen. Ist aber alles unproblematisch. Was wir gestern hatten, ich hatte gestern Kontakt nach China. Ich habe in mehreren Lieferanten von uns auch gesprochen. Und das Interessante ist, dass sich das dort ein bisschen normalisiert. Also das, was wir jetzt gerade hier erleben, das haben die teilweise schon hinter sich. Ist natürlich noch nicht wie früher. Ist alles noch ein bisschen eingeschränkter. Aber die Leute gehen raus. Anscheinend wird auch dort geangelt. Dementsprechend, ich glaube, wir müssen uns gar nicht so viel extrem Sorgen machen. Das wird früher oder später auch wieder weitergehen. Dementsprechend, ich mache mir da relativ wenig Sorgen. Und beim Thema wenig Sorgen, wir haben ja das neue Firmengebäude. Ich habe hier sogar die Pläne schon. Wir sind gerade fleißig in der Planung. Bedeutet also, wir werden wahrscheinlich so circa Mitte Juni umziehen mit einem großen Umzugsunternehmen. Wir werden euch rechtzeitig natürlich informieren. Wir werden natürlich Videos machen und von unserem Tresorraum, von dem Schulungsraum, den wir dort bekommen. Der hat Wände. Ich glaube, die sind irgendwie Meter dick. Also keine Sorgen machen. Demnächst finden extrem sichere Schulungen bei uns im Echelo-Zentrum in einer Volksbank-Filiale statt. Dann, bevor Seminare bei uns stattfinden, in den Schulungsräumen oder in einem Tresorraum, müssen wir jetzt erstmal die Zeiten jetzt rumkriegen. Und deswegen machen wir ganz viele Webinare. Gestern Abend gab es ein technisches Problem bei ClickMeeting. Also nicht nur wir waren davon betroffen, sondern irgendwie auch mehrere hundert andere Händler, die Webinare gemacht haben weltweit. Die hatten einen Serverabsturz und der soll wieder laufen. Also ich habe mit denen gesprochen und das scheint wieder regulär zu laufen. Also die Schulungen, die heute und morgen stattfinden, sind problemlos möglich. Und der Termin für die große Gruppe gestern, diese kostenfreie Schulung, halbstündige Schulung für Fremdkunden. Also keinen Kopf machen, werden wir heute auf die Webseite stellen und dann gibt es neue Termine. Freut euch schon mal. Ja, danke fürs Zuhören. Ich bin mal gespannt, was es heute noch alles gibt. Es gibt ja jeden Tag neue Schlagzeilen. Und wir verbleiben so. Danke fürs Zuschauen. Bis morgen. Ciao. Ciao.